Er ist eine Größe hinter großen Songs klarer Worte. Wie kaum ein anderer bringt er binnen dreieinhalb Minuten Themen auf den Punkt und braucht dafür kein Wort zu viel und keinen Ton zu wenig. Mit mir spricht er über die Details seiner Arbeit als oft pingelige Angelegenheit, aber auch über die bevorstehende Tournee 2018 mit Band, sowie über 65 Jahre Lebenserfahrung rund um seine Werte. Gerd Steinbecker im großen Interview auf meinem YouTube-Kanal. Ich erlaube mir nicht, über die Zeit vom SDS zu sprechen. Ich erlaube mir darüber hinaus auch nicht über die Klassiker zu reden, die Fürstenfeld, die Leinvollkäut und Kötter oder ein Großvater oder irgendwann bleib ich dann dort, sondern ich möchte vielmehr mit dem Gerd Steinbecker über sein Leben, seine Werte sprechen und über sein Handwerk. Von einem Mann, beziehungsweise damals einer Kombo, die mir eigentlich wie ein Tornado, wenn ich das jetzt so sagen darf, durchs Hirn gefahren sind. Und da ist mir was in Erinnerung geblieben, das da heißt, das ganze Leben für einen Rackenroll, das Hammerrolle als Burgen, und dann trat. Und dann ist vieles gekommen. Und das ist für mich halt eine Freude, dass ich da sitzen darf und mit dem Autor solcher Texte, die mich mein Leben lang begleitet haben, darüber zu sprechen. 1990, Amor im Leben, ich habe es gerade angesprochen. 1994, Steinbecker. 1997, Stationen. 2010, Bilder an der Wand. 2012, das goldene Ehrenzeichen für Verdienst in die Republik Österreich. 2016, joe. Was ist besonders schön? Also ich bin kein Langzeitplaner, und auch kein wirklich Langzeitrückdenker, das heißt nicht, dass meine Theorie mehr umfällt. Jedes Ereignis, jede Arbeit hat ihren Wert, in der Zeit, in der es entsteht, oder was passiert. Ich habe da überhaupt kein Ranking, bei eben durch den Produktionen, oder auch bei so Ehrenzeichen. Das ist natürlich, diese Ehrenzeichen-Geschichte, irgendwer hat einmal gesagt, das ist natürlich ein Zeichen, dass man da mit wird. Und, meiner Mutter hätte es wirklich sehr Spaß gemacht, wenn sie mit damit hätte, dass ich das Ehrenkreis von der Republik kriege, und sie sagen, ich frage mich auch darüber. Aber wichtiger sind gelungene Produktionen, und gelungene Arbeiten. Verständlich. Bei dir weiß man, dass du in deinen Liedern, den textlichen Inhalt, als Ausschnitte deines Lebens, Erlebtes, Erlebtendes, Authentisches, Verboxt. Und das, was mich so fasziniert, an deiner Arbeit ist, dass du es schaffst, innerhalb von diesen dreieinhalb Minuten, Geschichten zu erzählen, die punktgenau sind. Da ist kein Wort zu viel, und auch keine Silpe zu wenig, wenn ich das jetzt einmal so sagen darf. Was mich interessieren würde, wie kommt man zu sowas? Wie entwickelt sich diese Form von diesem Text? Ist zuerst das Thema da bei dir, und dann setzt du dich damit intensiv zusammen, und kommt dann die Gitarre dazu, oder passiert es so wie ein Geistesblitz, auf einmal fällt was ein, und an diesem Thema ist man dann mehr oder weniger seelisch gebunden, sondern es nicht mehr auslassen, um es dann zu schreiben und zu arbeiten. Im Prinzip gibt es alle diese Formen, aber die seltene ist der Geistesblitz, den gibt es wirklich ganz selten. Grundsätzlich ist es sehr viel Knochenarbeit, speziell die Texte. Es entsteht in 90% aller Fälle, bei mir war es so, dass eine Melodie da sein muss, mit einer Idee von einem Thema. Und dann muss der Song für sich einmal stehen. Der könnte jetzt Fliegenbilds heißen, das ist ganz egal, der muss in sich so stehen, dass er existenzfähig ist. Und dann setze ich mich mit der Idee, mit der Textidee hin, und das ist dann die, wie soll man sagen, anspruchsvollste Arbeit. Dann wird Zeile für Zeile gebudelt, nach der besten Ausdrucksform, nach der stimmigsten, dass man nicht ein Gefühl wiederholt, das man in dem gleichen Song schon angesprochen hat. Und das ist viel Arbeit, aber es ist auch eine tolle Arbeit. Also ich liebe das sehr, und es kostet wirklich viel Zeit. Obwohl es auch Drogenbeschieder gibt, es gibt Texte, die sind in drei Stunden fertig, und es gibt welche, die sind in drei Monaten fertig. Also es gibt keine Regel und kein Rezept. Bei dieser Arbeit, kann es dann passieren, dass ein zweiter irgendwo auftaucht? Oder ist es so, dass man da einen hat, und auf den arbeitet man dann diese zwei, drei Monate lang hin? Oder sind mehrere Spielformen da? Ja, ganz seltener Fall. Das ist nicht ausgegangen. Also da habe ich eine Idee gehabt, wo, die habe ich nicht fertig machen können, weil es in sich nicht gestimmt hat. Weil es nicht so ausgegangen ist, die Geschichte, wie ich mir es eigentlich von Anfang an gedacht habe. Das war auch seltener. Aber es gibt alles, was man sich vorstellen kann. Jede Variante kann eintreten. Es gibt auch die Situation, dass man mit einer Idee jemand anderen trifft und er korrigiert die Idee und man schwenkt dann. Also das ist speziell bei Thomas Spitzack, ist mir das immer wieder passiert, weil der selber ja sehr erfolgreiche Texte geschrieben hat. Und wir waren, ich meine, die RV-Texte sind grundsätzlich anders, aber ich habe ja mal bei der RV gearbeitet. Und wir sind ja schon seit dem 16 Lebensjahr haben wir durch diverse Prenz miteinander und er ist ein jemand, der kann schon mit einer schnellen Idee eine andere Idee torpedieren und sie waren das hinterher. Und zu welchen Tages- oder Nachtzeiten passiert das? Wann war er jetzt am liebsten? Ach, da gibt es überhaupt keine Regeln. Nein, überhaupt nicht. Also wenn man draufsitzt auf einem Thema, dann muss man das in den meisten Fällen durchziehen und das jetzt egal wie spät es ist oder so. Und das Werkzeug dazu? Ist das vielleicht einmal ein Handy, wo du da gerade irgendwelche Gedanken draufbringst? Ja, mittlerweile ist es natürlich das Handy. Früher waren es irgendwelche Wirtshaus-Zetteln oder sonst irgendwas, wo du irgendwelche Ideen zum Thema notiert hast. Und jetzt geht das natürlich alles easy, mit einem Notizbuch am Handy. Und sogar Melodien. Früher hast du ja in der Aufnahmegerät gebraucht. Oder es ist sehr mühsam gewesen, eine Melodie im Kopf zu behalten, sechs Stunden lang, und sie dann noch gleich aufzunehmen, wie man es gedacht hat. Das ist natürlich jetzt alles leichter, weil du das Handy nur rausnehmen brauchst und das draufsagst. Aber grundsätzlich zum Ausarbeiten brauche ich einen karierten Blog. Das geht anders halt. Das geht nur mit dem karierten Blog, weil man das eben gar nicht einmal vor 40 Jahren anarbeitet hat. Und wenn dann so viel durchgestrichen ist, dass man kaum mehr was lesen kann, dann wird das Blatt reingeschrieben wieder. Das ist ja ein bisschen eine Pingelige Angelegenheit. Und dann wird die da weitergestrichen. Und da sind oft schon 30 Blattln karierter Blog für den Text verschwunden. Und es gibt auch welche, die auf einem Blatt fertig worden sind. Ich erinnere mich an einen Song deines ersten Sohleinbruchs aber im Leben von 1990. Ein Thema für einen Textblitz. Ganz kurz durch meinen Kopf. Es ist die Frage, ob das genug Druck hat, ob es irgendjemand wirklich interessiert. Gibt es ein Thema, das in deiner Musik noch nicht besprochen hat und das noch tun möchtest? Wenig. Wenig Themen gibt es. Deswegen werden die Songs immer weniger. Weil man schon gern jetzt auf einem Thema, das einbewegt mit einer neuen Variante. Außer es hat sich so verändert in der politischen Geschichte oder was, dass es sich lohnt, das Ganze im Omen anzugleichen aus einem anderen Blickwinkel. Und das schränkt aber schon die Zahl der möglichen Songs ziemlich ein. Nachvollziehbar. Du hast noch einmal gemeint, mir gefällt es, wenn man etwas kurz und prägnant in den Griff kriegt. Dann bin ich zufrieden mit meiner Arbeit. An welchem Song deiner aktuellen CD, Joé, war es am schwierigsten? Oh nein, das kann ich es auch nicht sagen. Das ist nichts. Nein, ich bin diesmal nach Denarisch gefahren, weil es Februar war. Ich habe ein zeitliches Limit gehabt, ich habe im Sommer fertig sein müssen. Am Februar in Griechenland ist es nicht so unbedingt das Wahre, weil es also regend und relativ kalt ist. In Denarifa bin ich dann irrtümlich am Berg gewesen und da war es auch kalt. Aber das war wurscht, die Landschaft war unterschön. Man hat sich den Schreibtisch vor die Tür gestellt, vor die Glastür und hat halt aus dem geheizten Raum auf die Landschaft geschaut. Also ein bisschen von der Logistik her daneben, aber wurscht das Ergebnis war, dass ich alles fertiggebracht habe. Und da arbeiten wir mehr oder weniger simultan an sechs, sieben Texten. Und da kann ich gar nicht trennen, wo ich jetzt was will. Weil man hat zu jedem dieser Themen dann automatisch Ideen und die musst du halt notieren. Also wenn dann ein Text sich formt und griffig wird, dann bleibst du auf dem natürlich sitzen. Das ist klar. Gerd, wer sind denn die ersten Leute, die den Hörgenuss von so einem Text kommen? Also im Prinzip ist es in meine Solo-Platen aber auch mit dem Christian Kalonowicz zusammengekommen. Der ist eigentlich der erste, der die Texte hört in einer Themaform, weil der ja dann ins Layout der Musik gehen muss. Und der muss wissen, was Sache ist. Und wenn der Christian das jetzt hört, was hört er da? Hört er da? Hört er eine Gitarre dabei? Oder hört er nur Nein, ich bin ja im Studio in Graz und da mache ich so richtige Demos. Okay. Mit angedeitertem Pass, Schlagzeug, aber sehr zurückhaltend, um ihn nicht eben da hin zu zwingen, weil ich da nicht gut bin bei so Arrangement-Geschichten. Das ist einfach nicht mehr. Vielleicht wäre ich gut, weil er dann noch mit beschäftigen wird, weil er muss ja nicht mehr. Zeit wäre ja noch genug. Ja. Warte, du Jungs, gerade gesagt, dann sind ja mit 66 Jahren fehlendes Leben am. Ja. Die Kombo, natürlich kommt man nicht ganz davon weg, über SDS, das bleibt nicht über, aber was auffällig war damals, als Feminus junger Bull, ich war damals, weiß ich nicht, so 20, 22 Jahren, während ich mich für das ein bisschen mehr interessiert habe. Und da hat es in Österreich vergleichsweise sehr wenige gegeben, die so auffällig waren. Weißt, ich habe internationale Geschichten, was weiß ich, damals die Eagles, weiß ich nicht, wir sind extra nach München gefahren, und dann haben sie immer so gestimmig, so perfekt gesungen, das war alles so harmonisch. Wow, die singen einfach so schön, so klasse. Und da jetzt kommt der österreichische Kalnberg, und singt von den Phrasierungen, angefangen über das Tumbre, was jeder mit sich bringt. Das war so eine runde, abgeschlossene Sache, die war immer so schön harmonisch, und auch die Lautstärken, wie sie sich bewegt haben, live, ich denke da an Hilflose Hoffnung zum Beispiel, ja, das war so, pfff, er drückt, runtergefahren, das war für die Seele ein Wahnsinn. Und in dieser Qualitätsform, wie hat sich das gut gemacht? Ich frage mich deswegen, weil ich habe einen Bruder, mit dem alle auch Musik gemacht, und wir haben sich damals bemüht, zwei Stimmen zu singen, gell, und das war oft ein Wahnsinn. Wir sind gefahren mit dem Auto zum Beispiel, ich habe einen Kassettenrekorder damals gehabt, der hat mir seine Stimme reingesungen, und ich bin mit dem Auto gefahren, in die Arbeit, und habe beim Einfahren schon meine zweite Stimme dann so probiert zu singen. Wie macht ihr das als Professionisten? Also, das Hilflose Hoffnung ist ein gutes Beispiel, weil, bei Grosspistils Nash, das war ein Song von Grosspistils Nash, namens Hild Pilzli Hoppen, und wenn es, es hat keine Vorbilder gegeben für uns, aber es hat Anreize gegeben, und Grosspistils Nash war ein Anreiz, dass man so etwas Ähnliches machen kann, und die Stimmen sind sehr verschieden gewesen, das dann diesen runden Gesamtklang ergeben hat, das ist Zufall. Und dass jeder diese Gesamtssagen ernst genommen hat, und offensichtlich auch das Talent dazu gehabt, das Neutige, das ist auch ein Zufall. Also, geübt haben wir gar nichts. Also, haben solche Sagen sehr schnell in den heutigen Satz Figuren gehabt. Wobei der Günther Dingischl, der musikalischte war von uns drei, oder auch noch immer ist, der immer die interessantesten Zwischen-Phrasen gefunden hat, oder die Zwischentöne gefunden hat, dass wir nicht zu weit auseinander waren mit den Kerstimmen, dass wir so ähnlich wie möglich waren, das haben wir immer sehr in Vordergrund gehabt. Wenn du zu der Zeit durch Österreich geworden bist, dann haben die Bundesländer für ihre Länder Werbung eingemacht. Und ich erinnere mich an Wien, wenn ich da reingefahren bin über den Riederberg, dann habe ich gelesen, Wien ist anders. Oder beim Ossiporn Niederösterreich, ein schönes Stück Österreich, das ist gegangen bis Kärnten, Urlaub bei Freunden, und dann hat es eines gegeben, ein Land, da ist einfach nur gestanden, Tirol. Ohne irgendwelche Persätze. Jeder hat gewusst, von was wir da reden. Und dann kommt ein Album raus, da steht Steinbecker drauf. Und ich habe sofort gewusst, was man redet, und viele andere auch. War das damals so gewollt, oder hat man einfach gesagt, wie hat sich das entwickelt? Das hat sich eben gar nicht entwickelt. Ich hasse es, Titel zu finden und Namen. Und fast jeder, der je Platten gemacht hat, hat irgendwann einmal einen mit seinem Namen, oder mit nur dem Bandnamen gemacht. Und das habe ich einfach auch gemacht. Mangel seiner besseren Idee. Okay, so einfach ist es, gell? 1994. Da gibt es ein Lied, das heißt Mein Freund. Ja, das schreibt der Spitzer an meiner Freundschaft. Okay, das hast du interpretiert? Ja, ja. Damals Spitzer hat für jedes meiner Alben mindestens einen Song geliefert. Und bei dem war das mein Freund? Und mein Freund habe ich zwar die Musik gemacht, aber er hat den Text bezahlt, er hat von der Musik gekriegt, ohne irgendein Thema. Und hat das, er hat den Text bekommen. Das heißt, kann ich davon ausgehen, dass er dieses Lied für dich geschrieben hat? Vielleicht hat er es vorher mal geschrieben, das weiß ich nicht. Aber stimmig wäre es, weil wir eine sehr gute Beziehung haben. Viele habe ich, wenn die Sonne scheint, kommt da diese Textzeile. Doch dann hast du einen aus einem anderen Holz. Ja. Wir haben sehr viel zusammen erlebt. Wir haben also, das war eine Zeit, wo, wenn man eine längere Haare gehabt hat, war man schon zumindest systemgefährdend. Und es war eine sehr bürgerlige Zeit, es war eine Nachkriegszeit, also eine Aufbauzeit, sagen wir so. Die war fantastisch, aber man hat sehr schnell anecken können, was heute undenkbar ist, wenn du heute irgendwelche tätowierten Leute siehst, die ganz normal, also unbehelligt herumreinen. Das war damals absolut undenkbar. Also meine Mutter hat mir vorgeschlagen, Kurzwegeberücke, und dann eine Langwegeberücke, und er hat eine Glätsame. Und da sind wir sehr fest zusammengeschweißt worden, wenn wir mit unserer damaligen Bände aufs Landgefahrens einen Auftritt zu machen, da haben die Mikrofonständer noch Stahlbeine gehabt. Und am Rücken stehend haben wir uns mit sowas verteidigt, gegen irgendwelche, wie soll man sagen, länglicheren Wochenendtrinker. Und nein, nein, wir haben da viel erlebt in der Zeit, und deswegen kann das sein, dass er mit so einem Satz mich meint. Ja. Eine Auszeichnung ist eine besondere Ehre, oder? Ja. Ja. 1997 nattest du dein drittes Projekt Stationen. Man bemerkt, dass du 20 Jahre alt bist. Ja. Ein Song geht so. Nur niemand wird vertrieben, nur weil er zu einem anderen Gott weht. Jetzt darf ich mal in Ruhe die Zuhörer bitten, darüber nachzudenken. Dieses Lied ist 20 Jahre her. Das geht aber weiter. Und das endet... Niemand wird erschrocken, der auf der falschen Seite steht. Heute, 20 Jahre später, ist das in Europa wieder eine traurige Realität. Ja. Was braucht Europa, damit man von solchen Dingen wieder wegkommt? Da bin ich völlig überfragt. Da bin ich einfach überfragt. Da kann ich nur feststellen, dass es immer weniger Leute gibt, die sich offiziell darüber Gedanken machen. Das ist was, was mich stört. Weil es hat vor 30 Jahren die Politik versucht, irgendwas für die Leute zu tun. Jetzt hat man den Eindruck, sie tun was für sich selber. Um irgendeinen Stellenwert, wurscht welche Partei jetzt, zu behalten, zu fixieren. Das hat sich irgendwie von außen gesehen versetzt. Ständig. Die Politik ist fühlbar nicht mehr so da, um grundsätzlich den Menschen irgendwas zu bieten, sondern ist eher ein Selbstzweck. Das ist mein Eindruck. Und damit meine ich jetzt nicht österreichische Landespolitik, sondern grundsätzlich in ganz Europa, habe ich den Eindruck, dass die Freiheit der Konzerne, die Steuerbegünstigungen von Konzernen, die scheinbare Machtlosigkeit, die ja nicht wirklich sein kann. Also wenn man wollte, könnte man da mit Sicherheit reden. Und deswegen ist das eine völlig andere Betrachtenswarte, als es vor 20, 30 Jahren war. Dann folgten 13 Jahre aus, sage ich jetzt am Wald. Da sollte man mit dem Dingischl reden oder mit dem Schiffkowitz, die wissen, was du in der Zeit gemacht hast. Das war dann wieder das Trio. Aber dann ist Kuma 2010. Bilder an der Wand. Das langersehnte vierte Soloalbum von Gerhard Steinbecker. Und doch spielt man bei diesem Album, dass es dir wirklich immer so wichtig war, auch mit anderen Leuten zu singen, Musik zu machen, zu interpretieren. Weißt du beim Schreiben eines Textes schon, wer der Partner sein wird, mit dem du dieses Lied vielleicht irgendwann einmal intonierst? Nein, überhaupt nicht. Okay. Nein. Ich habe ihm Zuckerrohr anfragen lassen, ob er beim, ich weiß es nicht mehr so, welchen Song mitsingt. Und er hat gesagt, er hat keine Zeit, aber er hat eine Tochter. Und dann ist die Tochter gekommen. Er hat dann gesungen, die ich nur gekannt habe aus der Aufnahmezeit. Sehr nettes Mädel. Weiß nicht, ob es eh was ohne ist oder so. Aber sie hat toll gesungen drauf und das war ja... Nein, nein, ich bin da auch sehr offen. Was ich weiß ist, dass das ein Song ist, der ein Duett werden soll. Okay. Das ist alles schön. Und ob es ein Mädel ist oder ob es ein Name ist, das weiß man auch, weil es thematisch ja meistens gebunden ist. Aber sonst habe ich da nichts vor. Und dann hörst du eben deine Stimme? Oder vielleicht wird dir der vorgeschlagene, das ist ja auch vollkommen. Ja, mit Wolfgang Ambrus, das war mir ein Anliegen, weil der Wolfgang Ambrus und der Udo Lindenberg waren die zwei Schlüsselfiguren, die mir in grauen Vorzeiten klar gemacht haben, dass man Pop-Rockmusik mit österreichischen Texten machen kann. Und das war ja wirklich so ein Erlebnis damals, Lindenberg und Ambrus hat es schon gegeben und ich habe gesagt, nein, das kann ich auch. Und das war halt der ausschlaggebende Grund, dass ich heute so da sitze wie ich. Und mir hat gestern der Wolfgang zum Geburtstag angerufen, also immerhin 40 Jahre später, das ist ja lustig. Lindenberg habe ich einmal kennengelernt, vor langer Zeit, als wir mit der ERV geduert haben. Wir haben sehr lange in Hamburg und haben dort zwei, drei Monate lang im Club gespielt. Immer 300 Leute jeden Abend. Und da ist der Udo Lindenberg einmal dort gewesen. Den habe ich also quasi nur kollegial kennengelernt. Den habe ich nicht näher kennengelernt. Aber ich habe dann irgendwann einmal eine Nummer von ihm in Dialektform umgedreht. Und da habe ich damals die Erlaubnisblitschne gekriegt. Und das war auch recht schön. In Griechenland schreibt es sich besser, weil du dort weniger Alltagsprobleme am Hals hast, hast du einmal gesagt. Da habe ich lachen müssen, weil ich mir gedacht habe, was hat der Gertsch, ein paar Alltagsprobleme? Naja, es gibt ja die gleichen, die jeder Mensch hat. Weil was sollte anders sein, als das von dann beim Auto, das eben dann nicht funktioniert. Aber ich sage jetzt halt einfach irgendwas. Alltagsprobleme und du hast ja Mitleidnis zu tun. Du hast ja soziale Bindungen und du hast genug Dinge, die passieren im praktischen Bereich. Ich habe ein Haus in Graz, das vermietet wird und so weiter und so weiter. Ist immer was zu tun. Ja, natürlich. Es hat auch eine Zeit lang gegeben, da man denkt, vielleicht ist er auch handwerklich geschickt. Genau. Irini. Irini. Was so viel heißt wie Frieden. Was macht ihr? Wie gibt es den Land? Gibt es noch, aber gehört für lange noch nicht. Und der amerikanische Arbeit hat gekauft, hat es für 700.000 Euro restauriert. Also es ist eine andere Größenordnung, eine andere Abteilung. Jetzt langsam kaputt werden, ein großes Schiff. Und langsam zu Teil arbeiten. Also das hätte ich mir so nicht leisten können. Und bist du handwerklich interessiert an solche Sachen? War ich einmal früher, solange es notwendig ist. Sehr viele Dinge nur solange es notwendig ist. Okay. Wenn es irgendwie geht, lasse ich es dann. Aber ich war nicht schlecht. Also ich habe eine Wohnung von A bis Z verfließt, Boden gelegt und alles. Das habe ich schon kennengelernt. Dann bislang das letzte, erschien ein Album 2016. Mit dem volksmündlichen Titel. Ja, eh. Da sagt man ja oft so. Nebenbei einfach so. Ja, eh. Das ist schon zum Lachen gar nicht gewesen, wie ich es gehört habe. Es ist so treffend. Eine Nummer drauf. Die heißt ganz nah. Bei einer Textzeile, die da heißt. Es gibt den Moment, da muss ich die umarmeln. Wie im Umarm der Götzsteinbecker. Ach, da gibt es verschiedene Menschen, die umarm uns würdig sind. Und es kommt immer wieder vor. Leute, die mir Gutes tun. Leute, die ich gerne mag. Da kenne ich keine Scheu. Soll auch so bleiben. Genau. In Kürze geht es wieder los. Also 2018 im Mai. Ja, Gott sei Dank. Also da sind sehr viele Sachen passiert. Es war für mich nicht kreuer, wenn man zwei Jahre an einem Projekt arbeitet, ob man das live umsetzen kann, wenn man aus einer bekannten Band aussteigt oder nicht aussteigt, sondern ausgestiegen wird. Dann ist das ein Risiko. Wenn du dann alleine mit Solo-Geschichten auf die Bühne gehst. Noch einmal anderes, als wenn du nur Platten machst. Die Platte war Gold. Gäbe erscheinen. Das war ja toll. Da habe ich schon gewusst, das geht einem recht. Und das ist zumindest nicht falsch. Und dann habe ich den beiden Agenturen in Wien und in München gesagt, sie dürfen nur Zahlgrößen bis maximal 900 nehmen. Weil ich einfach nicht weiß, wie das sein geht. Und ich habe keine Lust vor 300 Leuten und 3000er so zu sitzen. Und das haben die gemacht, dankenswerterweise. Das ist nicht so leicht, weil die ganze Produktion bezahlt werden muss. Wir waren aber überall ausverkauft. Und das hat mir dann, also da ist mir dann schon eine gewisse Anspannung gelegt. Weil das ja wirklich nicht zu sagen, ich habe es mir zwar gewünscht. Aber jetzt hat es sich erwiesen. Ich bin erst vor 4 Tagen zurückgekommen von Deutschland. Und wir waren breitlich immer ausverkauft, überall und können deswegen im nächsten Jahr insgesamt dann die 30 Konzerte machen. Okay. Das ist doch sehr erfreulich zu sein. Das ist erfreulich, ja. Und das gipfelt wieder so an große Hallen am Montext von Wien, von Österreich. Reden wir über die Stadthalle. Ja, die Stadthalle aber die kleine Version. Also SDS-Größen werde ich nicht erreichen und bin aber auch gar nicht erpicht. Weil das ist eine andere Geschichte. Du sitzt vor 11.000. Wir haben zweimal die Olympia Halle mit 11.000 in München gemacht. Und das ist dann zwar irgendwie erhebend durch den Umstand, dass es so groß ist. Aber zum Spielen ist er 3.000 oder 1.000 mal lustiger. Weil du einfach Kontakt hast. Bei der 1.000 hast du keinen Kontakt mehr. Das ist eine Reaktionswand, die da kommt. Nach welchem Dritte suchst du denn im Übel jetzt zusammen? Ja, das war er. Ich wollte natürlich nicht jetzt die SDS Crew haben. Was beim Schlagzeuger aber dann sich so ergeben hat. Weil ich habe einen jungen Schlagzeuger gehabt. Der hat den Job irgendwie nicht so richtig verstanden. Der ist auf der Platte. Der ist ein sehr guter Schlagzeuger. Aber er hat die Größenordnung nicht verstanden. Er ist mit einem einfach zu großen Set. Wollte er immer die Bühne besitzen. Und das hat zum Kopfschütteln von allen Beteiligten geführt. Und dann haben wir gesagt, das wird so nicht funktionieren. Und dann habe ich meinen alten Freund und Schlagzeuger von SDS angerufen aus Hannover. Hartmut Wenemuth. Ja, der hat Wenemuth. Gerd, Gerd. Der hat dann sofort eingewilligt. Und ich bin sehr froh über die Entscheidung. Weil das jetzt eine äußerst Phanoseband ist. Die auch super zusammen arbeiten. Und sich sehr gut vertragen. Und das ist toll. Alles gut gemacht. Uli Bärs. Ja. Der hat dich vertreten. Ja, der Uli. Ich habe einen Gitarristenbracht, der auch gut singt. Und die sind dann nicht herumwiesen dann mehr. Und bei den Darstellenden. Da rede ich jetzt nicht vom Schlagzeug. Weil der Schlagzeuger muss seinen Job machen. Aber wenn er singt, sollte er altersmäßig auch daheim sein, wo man das versteht, was man singt. Und wenn du da einen 18-Jährigen hinstellst, der kann noch so gut singen. Und das wird nicht glaubhaft werden, wenn der Texte machen muss, die seiner Alter nicht entsprechen. Verständlich. Und ich meine sehr glücklich. Das hat mir der Christian Kronow jetzt empfohlt. Die Maria Mauer. Mit Hackbrett. Was eine Neuigkeit ist für österreichische Rock und Popmusik. Alles in allem eine sehr gelungene Geschichte und eine gelungene Formation, über die ich sehr erheblich bin. Familiär ist das ein bisschen auch. Ja, ja, klar. Es ist natürlich der Erich Buch, der hat schon bei SDS. Früher haben wir alle besser gespielt. Er spielt eigentlich sehr viel bei sehr vielen Gruppen. Und wir kennen uns so lange, der hilft mir ja bei den Verwaltungsfragen mit den Musikern und so weiter. Da nimmt man sehr viel ab. Also es ist rundum eine gelungene Sache. 65 Jahre Lebenserfahrung. 65 Jahre Rockenroll, wenn man das so sagen will. Ich habe das letzte Mal mit Harald Feldrich ein Interview gehabt. Und der Harald hat gesagt, du, ich befinde mich im Herbst meines Lebens. Und da hat es mich ein bisschen gerissen. Wie siehst du das? Ich hätte zwar nie gedacht, vor 20 Jahren, dass ich das als wirklich wichtigsten Satz nenne. Weil es so klischeehaft wirkt, aber es ist das Wichtigste. Wenn du mit 65 Jahren gut beinahnt bist, eine Moderatoren machen kannst und die bewegen kannst, so wie du es möchtest, dann hast du einen Klick. Und dann ist das Alter nicht so prägend. Also wenn das mit irgendwelchen Behinderungsformen daherkommt, ist es natürlich prägend. Das passiert dann natürlich mit 35 meistens nicht, dass du irgendwas im Bewegungsapparat zum Beispiel hast. Aber wenn du nichts von diesen Beschwerden hast, ist es eigentlich keine Ahnung. Und wenn du mir im Spiegel schaust, komm ich drauf, wie alt ich bin. Sonst eigentlich nicht. Gesundheit, das höchste gute Welt. Ja, aber in gewissen Alter mit Sicherheit. Weil du dann auch nicht mehr so daran bist. Ich sehe es ja rundherum nicht. Also das ist ja wirklich ein gewisses Glück. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur vom Gemüse gelebt hätten in den früheren Jahren. Und ja, da bin ich sehr froh und hoffe, dass das so lange wie möglich bleibt. Und dann ist noch immer genug Zeit, über das Alter nachzudenken. Gerd, es gipfelt die Tournee, nehme an, wieder in Graz. Ich werde in Graz einen Schlusspunkt setzen absichtlich, ja. Im Dezember erst. Und da haben wir die große Stadträle genommen und machen sich halt je nach Zustrom immer mehr auf. Bis auf 5000. Und das würde ich einfach so haben, weil es wird sicher, wie es auch bei SDS der Fall war, dann zwei Jahre nichts geben. Weil ich mich einfach dann zurückziehen möchte und überlegen, was man machen kann. Ob man was Neues machen kann. Und das hat sich bei SDS schon bewährt und das werde ich genauso weiterführen. Die Weltscheine machen. Natürlich, ja. Es geht nicht nur um die, es ist nicht so eine taktische Geschichte. Das bewährt sich natürlich auch, wenn du nicht dauernd präsent bist. Aber du, ich habe, oder es war eine SDS-IT, es war eigentlich der Schiffgützler, der Haupterfinder dieser Sache. Du musst zu anderen Gedanken kommen. Zur Ruhe kommen. Du bleibst dir dauernd in diesem Abrufmodus, so wie jetzt, bin ich das gerne das ganze nächste Jahr. Aber du beschäftigst dich dauernd mit dieser Musikgeschichte. Und wenn du sagst, aus, stopp, für zwei Jahre kannst du da wirklich auf andere Gedanken kommen, kannst du vielleicht auch gescheit eine neue Produktion machen, das schließe ich und und das. Festplatten löschen, tauschen, wie auch immer. Ja, ja, klar, klar. Auf andere Input. In einem deiner frühesten Songs singst du, um zum Abschluss zu kommen. Es hat alles auf der Welt seinen Preis. Wie hoch der Preis ist, da kann man sich auch irren. Was wäre für den Gerd Steinbeck ein zu hoher Preis im Leben, um letztlich auf das zu verzichten, was er vorhat noch zu tun? Wenn etwas passiert, das man dann beurteilen kann, wenn es passiert. Also ich kann mir jetzt nicht hypothetisch hinter einem Preis vorstellen, das geht nicht. Aber grundsätzlich halte ich diesen Song nicht für einen meiner Intelligentesten, weil es so ein Gescheh ist. Damals war das irgendwie witzig, heute muss ich lachen oder so Plattitüden. Aber natürlich ist er ganz brochen gesehen richtig, dass das so ist, nur ja, das wissen wir ja. Um mit einer Plattitüde abzuschließen, ich frage an jeden, also ich bitte, auf einen Satz, den ich beginne, so eine Antwort, diesen weiterzudenken, so wie du den spielst, so wie du den siehst. Das ist ein Klassiker, der Sinn des Lebens ist das. Ich komme immer wieder auf neue Dinge, auf neue Sinne des Lebens, weil ich so immer so zwei Jahre voraus denke und nicht weiter. Es war der Sinn des Lebens schon und mein 1200er BMW. Also so ist es nicht. Da bin ich sehr flexibel. Soll weiterhin so bleiben. Lieber Gerd Steinbecker, vielen herzlichen Dank für die Zeit, was du da genommen hast. Gern. Über dein Leben zu erzählen, über deine Musik und auch die Details ein bisschen zu verraten, wie du zu sagen, hart gemachten Textkonten, mit was man sich da beschäftigen muss. Was man in den meisten Fällen ja, als Konsument, als Zuhörer, was selten hört bis hier. Ja, weil das ist klar, wenn sie das nicht tust, dann nein. Das ich rede, dann wollte ich das kurz sagen. Ja, der Hubert Neubauer, der Schiespringer einmal etwas Interessantes gesagt. Weil viele Leute können sich nicht vorstellen, wie ein Song entsteht, wie man sowas macht. Und ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, wie einer 200m in der Luft fliegen kann mit Schie. Und er hat das ganz genau und richtig beantwortet. Er hat gesagt, zuerst springen wir 4m, dann 8m, dann 16m, dann 30m, so. Und genauso ist die Antwort, dass das wächst. Und plötzlich bist du drin und kannst das machen und das versteht niemand, der den Aufbau nie erlebt hat. Aber es ist das Gleiche, es ist ähnlich. Es ist sowieso sehr viel ähnlich zum Sport. Witzigerweise. Aber der Ranz Duartler hat sich entscheiden müssen, ob er kicker wird oder sein. Genau. Der hat sich für das Lästere entschieden. Weil er nicht früh aufgehen braucht. Ja, obwohl er kann das länger machen. Ja, genau. In der Spitzenklasse. Soll ja auch gelingen. Das muss man rampf und irgendwas hören. Bleib gesund, das ist das Wichtigste. Weil eine Gesundheit geht überhaupt nichts. Ja, das ist richtig. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Danke. 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 Danke.